Bist du glücklich? Oder tust du nur so, als wärst du's? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie etwas herunterschlucken? Es sind die Gegenstände in meinem Mund. Ich kann Ihre Beschaffenheit spüren. Ritchie, du bist du... Ich bin hier, Hunter. Ich wollte dich glücklich machen. Du bringst mir mein Kind zurück! Ich habe etwas Unerwartetes getan.